Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo und wenn ihr uns verfolgt in den Videos, werdet ihr feststellen, dass wir in letzter Zeit immer wieder neue Tätigkeiten oder Aktivitäten machen. Wir haben mehrmals Taufe gehabt und wir waren hier und da eingeladen. Aber jetzt ist es so, dass ich euch wieder einladen will und zwar sind wir im September am 7. September um 13 Uhr beginnt das Ganze in Ham, Westfalen. Wer immer von euch vielleicht in der Nähe ist oder in Ham wohnt oder vielleicht dahin kommen will, laden wir euch ganz herzlich ein. Wir werden einen Open-Air-Gottesdienst haben oder Zeugnisgottesdienst. Ich bin nicht der Einzige, der da ist. Wir kommen als ganzes Team und es kommen auch noch ganz viele andere Leute, die da Zeugnis geben werden von dem, was sie erlebt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat und auch richtig, ja, sag ich mal, übernatürliche Sachen, die in dem Leben von Menschen geschehen sind, die werden einfach Zeugnis davon geben. Mit dem Ziel, Menschen das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu zeigen, dass Gott heute wahrhaftig derselbe ist, der er damals war. Das Ganze veranstaltet Hope Center Ham und die haben uns eingeladen. Wir freuen uns. Zum Beispiel wird auch Dennis da sein, den ihr öfters in meinen Videos seht und er wird davon berichten, Zeugnis abgeben, was er mit Gott erlebt hat und wie Gott ihn befreit hat von diesen Tiefs, von den Löchern, in denen er drin war, von der Finsternis, in denen er gelebt hat. Und ja, und wir werden da auch für Menschen beten. Da werden einige einfach stehen bleiben. Das wird ein Gebetsteam da geben und wir werden uns einfach leiten lassen vom Heiligen Geist. Wie gesagt, das haben die schon öfters gemacht. Diesmal sind wir auch eingeladen. Es beginnt um 13 Uhr und geht dann ganz weit. Also quasi Open End. Also, wenn du in der Nähe wohnst, wenn du Freudigkeit hast, vielleicht auch uns mal wieder zu sehen, uns kennenzulernen, wie auch immer, du bist herzlich eingeladen und ich würde so sagen, wir sehen uns da. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. こ여 cirнетisch 2022 Präsentation Ör Haus была von